Alle zusammengesetzten Erscheinungen müssen sich wieder auflösen. Sie sind unbeständig, flüchtig und vergänglich. Dasselbe gilt für unseren Körper, obwohl wir dies häufig vergessen, weil wir an ihm so sehr hängen. Viele Menschen, die sich dieser Tatsache bewusst werden, empfinden darüber großes Leid. Doch wenn wir uns klar machen, wie die Dinge tatsächlich sind, können wir viel leichter akzeptieren, dass nichts eine eigenständige Existenz besitzt. Dies wiederum zeigt, dass auch das Leiden unbeständig, flüchtig und vergänglich ist und nicht aus sich selbst heraus existiert. Diese Erkenntnis hilft uns in schwierigen Lebensumständen oder wenn wir auf Herausforderungen stoßen, die wir meistern müssen.